im neuen video zu michaels kanal ich habe ihr ein war hier ein wahres power monster guck mal wie sich der verhält naja start so min ja 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 So behinderten Leute, die mir ständig Platz machten. Alter, jetzt will auch noch mit mir ein Rennen fahren. Auf den Start habe ich verkehrt. Die wegen, wie er hier führt, wenn er wieder von seinem Land vorbeigeflüßt bin. Vergiss es, ich werde noch mal Rinder machen. Ich zeig euch, was hier steht in meinem Land vorbeigeflüßt. Wenn man ihn richtig benutzt. Wenn man ihn richtig benutzt, dann ist das wahnsinnig eine Super-Rakete. So und jetzt können wir in spiritale Blende. Das ist wirklich brutal. Okay, dann laufen wir mit einem Fahrgast. Dann fahren wir mit einem Fahrgast. Und er wird sie spielen. Dann krieg ich es immer mit Stimmen mit zu spielen. Und achten, dass die Räder nicht durchdrehen. auch gerade passiert ist. Gut, das war die schwerste Stelle. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Oh, 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 oh. Wo, oh, oh, oh. Obwohl, haben sie uns beide runterfahren, nacht sich ja Bock. Okay, im Wagen macht es keinen Sinn. Oh, wenn du da bist, soll nämlich was krasses in der Luft. Naja, das ist gar nicht. Geiler Sound, oder? Mir gefällt das Sound. Jetzt fahren wir... Jetzt fahren wir... ...hier hin. Hier hin. Ich hatte schon mal ein Video mit dem Wagen. Und das ist halt quasi die neuere Ergänzung. Das meine ich mit schwerer. Mit der Gleifen. Der ist ja immer noch drin. Lange Spur. Lange Spur. Lange Spur. Lange Spur. Er will rein. Ah ja, falls ihr das ja nicht sehen könnt, ich kann genauso wenig sehen. Wir fahren ins einsame Trittschirm, unter DAS meine Strasse nicht, was sind ihr denn, das ist doch krass oder? Ich kann nur driften. Jetzt geht es doch krass. Kann ich an den Windewagen driften? Nein. Auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter. Eigentlich ist Driften nicht so gut. Warum? Weil der Wagen liegt. Der muss ja auch Grip haben. Wenn er das nicht hat, dann drifft er. Und das ist nicht so. Dann versucht man mit einem hochgezüchteten Sportwagen, also einem aufgetrumpen Sportwagen oder so wegzufahren. Der muss nur halt die Regelung höher stehen. Dann ist es doch nicht bei den Windewagen. Kann man auch mit einem Bugatti machen. So was, kein Scherz. So, jetzt geht es da weiter. So. Der wackelt auch schon. Ohne. Ich glaube, er ist keinmal aufgefallen. Ohne. Ohne. Da bin ich nicht runter. Da hat er für dich nur ein Knie getötet. Rett' mal, liebe dich! Und dann brennen. Ja, ich bin jetzt genau gebrennt. Und jetzt wieder zurück. Ich habe euch noch nicht alles gezeigt. Hoppa, genau das wollte ich sehen. Gut, anlaufen. Ja, ich habe es geschafft. Jetzt machen wir weiter mit dem hier. Und hoch. Das war kein Problem. So, und jetzt hochbekommen. Und oben können wir schön Kaffee trinken. Und wir können auch meinen Wagen unverschlossen lassen. Okay, ich mag gar keine Bäume. Aber wir sind ja bald fertig. Und wir sind wieder richtig rum geflogen. So, jetzt müssen wir noch rausfahren. Und da verabschiedet ich mich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Wagen da. Und abonniert mich. Ich habe auch weitere Videos. Zum Beispiel ein Video. Also, nur die ältere Version von Geländewagen spielen. Und eine Vorstellung. Also, ich stelle deinen Videos nicht vor. Hier. Nicht wundern, ich steige leider nicht mein Gesicht. Haben wir meine Irrschen verblüht. Dann parken wir neben einem Audi. Äh, neben einen Audi. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss.